Salzburg ist für mich einzigartig, weil ich das Privileg habe, im schönsten Atelier der Welt zu arbeiten. Salzburg ist für mich einzigartig, weil es einfach so viele geheime Plätze gibt und diese wunderschöne Altstadt gibt vor allem Platz, um sich zu entfalten und um Neues zu entdecken. Salzburg ist für mich einzigartig aufgrund seiner Vielfältigkeit. Salzburg bietet unglaublich viel, auf der einen Seite die historische Altstadt, auf der anderen Seite die zeitgenössische und moderne Kunst. Und das alles in einem wunderschönen Setting in der Natur, das macht Salzburg so unglaublich anziehend.